Ich werde jetzt ein wenig Holz farmen, wenn das okay ist. Ich habe den Baum angezündet. Hatte ich mal noch einen Zeppel für mich angefunden. Haben wir noch Kohle? Okay, wir brauchen mehr Kohle. Wachsen Bäume im Regen schnell oder war das gerade Zufall? Dass einer direkt gewachsen ist. Es kann sein, dass sie im Regen schneller wachsen, wüsste ich jetzt aber nicht. Das wäre neu. Auf jeden Fall wachsen sie schneller, wenn ich Knochenmehl drauf habe. Das ist in der Tat so, ja. Das verwundert einen jetzt wie Emika. Das hat Knochenmehl so an sich. Achso, wir brauchen noch einen Eimer, stimmt. Für die Weizenfarm. Aber ich würde mal sagen, wir können die Weizenfarm hier hin machen. Ja. Okay, dann farme ich jetzt mal ein bisschen Eisen. Ach Quatsch, wir haben ja jetzt Eisen. Ich habe sie ja gerade geschmort. Ja. Was tue ich denn? Aber so eine richtige Eisenfarm könnten wir eigentlich auch mal haben. Irgendwann. So. Was ist denn eine Eisenfarm? Achso. Zombiesparn. Zombies. So, ich habe einen Holzblock erstellt. Fünfmal, fünfmal Höhe von Bäumen. Ja, unterschiedlich hoch halt. Ja, ja, eben. Darum meine ich ja. Ein paar Höhe von Bäumen. Und den axt ich jetzt wieder weg. Ist das nicht geil? Eine tolle Tätigkeit. Ja, sowas nennt sich Farmen. Aber ja. Wo war nochmal unsere Höhle? Dahin. Auf der anderen Insel, ja. So, Standard Weizenfarm Design. Oder wollen wir es zu einer Combofarm machen? Ach, ich mache erstmal nur Weizenfarm. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Links. 2, 3, 4. Da stehe ich eine Fackel im Weg. Die habe ich da, glaube ich, hingesetzt. 2, 3, 4. 2, 4. Schwein, stirb! Juhu, ich habe ein Schwein mit einer Sense getötet. Das ist ja grausam von dir. Ich habe dafür gerade einen Apfel gefunden. Das ist fast genauso cool. Ich finde auch, Äpfel sind voll cool und so. Übrigens, die Holzblöcke von den überragenden Ästen, die ich hier abhaue, die könnten auch nach unten auf den Boden fallen. Also könntet ihr irgendjemand von euch aufsammeln, wenn ihr die haben wollt oder so. Ja. Sonst ne, die spawnen die Wummel. Ja, klar. Ich baue hier gerade einen anderen Baum ab. Ich bin klar. Und schaue hier aus. COLE 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 COLE. Oh nein, ich töte Blätter mit einer Axt. Ich auch, habe ich gerade auch schon ganz viel gemacht. Ich habe mir auch eben gedacht, dass eine Schere eigentlich mega sinnvoll wäre, um die schnell zu machen. Ja, aber dann hast du ja Blätter. Stimmt, jetzt will ja keiner. Obwohl, naja, irgendwann könnten wir vielleicht auch mal Blätter, aber nee, wir brauchen ja die Sätze. Ja, wir könnten uns ein dickes Baumhaus bauen, also so wie das gerade, so einen Baumblock machen wie ich gerade und das da in unserem Haus einfach reinschnitzen quasi. Hört sich interessant an. Ja, wieso eigentlich? Aber dafür müsste es halt ein bisschen größer sein als 5x5 und die Höhe muss ja auch cool aussehen. Ja, oder wir bauen halt einfach Blöcke ab und machen dann aus den Baumstämmen, die wir abgebaut haben, das Holz. Ja, ja, aber das ist, da ist ja nicht natürlich gewachsen, der Baum, das ist ja nicht cool. Oder so. Oder so. Ja. Auch cool ist, auf dem Threadless-Server haben wir ein Haus gebaut, was halt so aus vier verschiedenen Holzarten halt war und dann immer ein Viertel von dem Haus dann immer mit den entsprechenden Blättern dekoriert und so weiter und so weiter. Ja. Irgendwie, ist der Regen gerade stärker geworden oder so, kann das sein oder können wir das nur so vor? Das kommt dir bestimmt nur so vor. Eigentlich ist der Regen, ist der Regen gleich Regen. Ja, jo. Da versuche deine Spinne auf deinen Baum zu klettern, auf dem du dich befindest. Ich weiß. Ich glaube, ich... Sag mal, droppen diese Teile nicht eigentlich auch Äpfel? Ich habe keine Ahnung, ich habe Äpfel bekommen gerade. Das sah gerade cool aus. Ich sehe am Strand ein Skelett stehen, auf einmal stirbt es und aus dem Wasser kommst du so raus, so mit dem Schwert in der Hand, so dam dam dam. Ähm... Ja, epische Auftritte habe ich drauf, ja. Ja, wie eben. Ich... Ich... Ich gucke um die Ecke, kabumm, du stirbst. Ja, wenigstens spektakonär. Es ist nur schade, dass ich hier keine Bildschirmaufnahme habe. Hä, hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Ja. Weil das irgendwie nicht funktioniert. Achso, schade. Ja gut, dann haben wir den... Dann muss man sich den epischen Vortritt jetzt vorstellen. Ebenischen Auftritt vorstellen, nicht Vortritt aufstellen. Oder wir rekonstruieren sie. Oh ja. Genau, mach mal eine Acht. Ähm... Wenn ich... Ich bin... Es ist glätt, ich stelle mich einfach... Und dann... Will noch jemand? Was? Will noch jemand was? Was denn wohl? Ah, eine Rüstung oder was? Ja. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen, wo du eh mann noch beißes Hemd anhast in deiner Skin. Doch ich so... Ja, ich mach mal hier... Nein, aber meine Skin ist so cool, da ziehe ich nichts drüber. Das geht ja nicht. Ja, okay. Dann halt nicht. Was soll's. Da sterb ich vielleicht nicht so schnell mal. Na ja. Klappt hier nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einiges an Holz. Mhm. Ja, wir könnten uns ein Haus daraus bauen. Und wer braucht denn Häuser? Wow. Ich weiß auch nicht. Wer tut denn sowas? Also ich mach mir mal einen Bogen. Die Idee hatte ich gerade auch, aber ich habe eine Schnur zu wenig. Ja, ich gebe dir gleich. Hier. Dankeschön. Ich habe gerade gesehen, wir haben einen Feuerstein hier in der Kiste. Hoppla. Okay, wir haben auch gar keine Federn, das hat sich also erledigt. Ja, ich mache gerade Zäune für eine Hühnerfarm. Oh, ich bin ja hungrig. Ess ich mal. Ich habe übrigens... Achso, ihr habt Suppe, okay. Das geht natürlich auch. Ähm, wo packe ich denn die Hühnerfarm hin? Ich habe eben einige Suppen zubereitet und da sind auch noch Pilze in der Kiste. Wow, 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 Enderman. Der im Regen stirbt. Wo ist der hin? Gestorben. Wahrscheinlich. Hat er eine Enderperl getrocknet? Oder in irgendeine Hühne rein. Soll ich mal richtig Hardcore sein und ein Spinnenauge essen? So wie Norbert in Aurum. Hätte er das gemacht? Ja, sogar auf Kamera, äh, auf Video. Das hatte irgendwie Stil. Nee, Moment, war das... Ja, doch, das war Norbert. Ich dachte gerade, war das mal Autogaturgie. Irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Das hat ja schon aufgehört. Das ziehe ich auch ganz krün im Gesicht aus. Das ist ja auch langweilig. Das ist ja irgendwie nur drei Herzen oder so. Das ist mal schlimmer gewesen. Ja. Ich bin nämlich dran, dass man davon mal gestorben ist. Hab ich natürlich nicht selbst ausprobiert. Ich dachte, ich hätte irgendwie richtig viel so abgezogen. Und dann irgendwie esse ich das. Und ich bin wieder gesund. Das ist ja langweilig. Also gut, dann baue ich gleich mal... Ich glaube, ich nehme irgendwann ein Texturpack, in dem es Blut regnet. Mach ich den Regen rot. Ein Texturpack. Ein Texturpack. Ein Texturpacket. Hab ich sogar schon mal gemacht, aber die Skin von Wasser kann man nicht ändern. Und das ist irgendwie dumm, wenn Wasser blau ist, aber es regnet rot. Kann man ändern. Aber sieht man nur, wenn man... Ach fuu, was kann ich eigentlich? Aber sieht man nur, wenn man irgendwie Optifine hat oder so. Hatte ich aber nicht. Das Holz wird schnell weniger. Was macht der denn eigentlich? Bitteschön. Hatte ich nicht gerade irgendwie auf vier Stacks Baumstämme oder so? Hatte. Was ist das? Das wird eine Hühnerfarm. Ah. Okay. Muss so sehen, Hühnerfarm, aus. Ach, da oben drin oder was? Nee, Moment. Achso, im Moment, wo habe ich den Wassereimer? Ich brauche erstmal einen Wassereimer. Und was hast du denn vor? Eine Hühnerfarm zu bauen. Wasser da rein. Das macht... Gleich macht das Sinn. Okay. Ich bin gespannt. 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 Vielen Dank.